Willkommen zu unserem Video über die moderne Wetterstation WS67-62 von Technoline. Die WS67-62 bietet eine Wettervorhersage und Tendenzanzeige, die dabei hilft, sich auf bevorstehende Wetteränderungen einzustellen. Sie zeigt sowohl für Innen und Außen die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit an. Diese Funktionen können besonders nützlich sein, wenn Sie das Klima in Ihrem Haus oder draußen überwachen möchten. Ein weiteres nützliches Feature für die Neugierigen ist die Anzeige von Sonnenauf- und Untergang sowie die Mondphasenanzeige. Die moderne Wetterstation WS67-62 von Technoline ist ein vielseitiges und nützliches Gerät, das Ihnen dabei hilft, immer bestens über das aktuelle Wetter informiert zu sein und Ihre Aktivitäten entsprechend anzupassen.